Dr. Brunner Hallo zusammen, ich bin Carissa und ich zeigste heute Dr. Brunner's Zanderstock. Bis zu 100% natürlich, vegan und froh-frei und gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich bin eine weise Fan von früten Ketten in Zanderstock. Heute hast du dich zu Bärmintretion. Schau! Ich muss sagen, ich finde sie jetzt fast noch besser als die Pärmintretion. Sie ist milder im Geschmack. Sie zählt sich sauber an, so einem buchologischen Pärmintöl und jetzt bist du es im Ohr. Das ist eine weise Fan von der Abenteuerung. Ich möchte sie in den Nachden in den Nachden in den Ketten. Das ist eine weise Fan von Sinnerstern. Ich hoorde mich auf diesen Fremden. Ich möchte sie in die Norge mit dem Ketten. Ich möchte mich mitnehmen und in die Norge mitnehmen, in der Abenteuerung geben. Ich möchte sie in die Norge mitnehmen und die Norge mitnehmen. Ich möchte mich nicht blütig. Vielen Dank.